also was ein kleines bisschen merkwürdig ist es hier bei simon's cat level 130 man sieht eigentlich dass es schwer sein soll aber es ist nicht schwer das ist ein schöner kleiner warum man auch keine werbung sich anzuschauen normalerweise sind eigentlich die spezial leckerlis die man aufbrauchen muss um das level dann damit zu meistern aber das ist kompletter schwachsinn ist das ist braucht man gar nicht so richtig schöne schneller back sind wir schon bei acht prozent dann können wir das level nämlich schon mal hier jetzt abschließen sagt das war es mir ist es nicht also sehr merkwürdig ich glaube so was nennt man back